3, 2, 1, los! Das ist der Showdown des Jahrhunderts. Schrotte dich durch Wellen von Gegnern, bevor du auf deinen letzten Rivalen triffst. Rein ins Rappenlicht! Das ist eine Fremdverschrottung. Der Breaker ist startklar. Was passiert wohl? Vielleicht habe ich den falschen Beruf. Ups, die Übernahme lief nicht nach Plan. Mach mal fertig, mach ich. Zeig uns den Breaker. Rein in den Moschpick. Und da kommt es. Das Heldenfahrzeug wurde gerufen. Da braucht man eine Bände. Das bin ich mit. Unglaubliche Eliminierung. Der Wahnsinn. Jetzt kommt's. Der Heldenfahrzeug-Breaker ist bereit. Die Fans rasten völlig aus. Und die Menge jubelt nicht. Na los, das geht fester. Ich bin ein Kind. Anvisiert. Mit diesem Allstar möchte ich auf keinen Fall tauschen. Breaker bereit. Number One kann loslegen. Toller Percussion-Song. Was da gerade passiert, erklärt sehr gut, warum wir dazu Breaker sagen. Das nächste Heldenfahrzeug-Geschrottet von unserem Funk-Rocker. Der Heldenfahrzeug-Breaker wird noch zurückgehalten. Bestimmt, um auf den perfekten Moment zu warten. Passt lieber auf, Allstars. Dieses Heldenfahrzeug entfetzelt gleich seinen Breaker. Triumph. Perfektion. Perfektion. Rache. Rache. Victory. Der neue Duft. Von mir, Angelo Velo. Von mir, Angelo Velo. Gacket. Bei dir. Wie war es so? Die 주는 Wette ist nah. Warte. Die Herd. Gacket. Da vorne. Die die Kroer. Wacht. Die Kroer. Der Catwalk wartet schon, Baby. Lass mich dein Held sein. Ein Moment fürs Fotoalbum. Darum bin ich hier der Headliner. So schön, es gehört in ein Museum. So schön. So schön. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020